Jedes Jahr dasselbe beim Grubeln über die Steuererklärung. Wie war nochmal meine Steuernummer? Wo steht sie? Sind Steuernummer und Steueridentifikationsnummer dasselbe? Alles Wichtige in einem Video. Los geht's! 1. Was ist die Steuernummer und wo findest du sie? Die Steuernummer ist eine 13-stellige Nummer. Du kannst sie auf deinem Steuerbescheid auf der ersten Seite ganz oben links finden. 2. Was kannst du tun, wenn du die Steuernummer nicht mehr findest? Falls du sie nicht findest, kannst du bei deinem zuständigen Finanzamt anrufen und nach deiner Steuernummer fragen. 3. Steuernummer und die Steueridentifikationsnummer. Was sind die Unterschiede? Die Steueridentifikationsnummer, kurz Steuer-ID, wird einer Person dauerhaft und bundeseinheitlich zugeordnet, sofern sie einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Und ist eine 11-stellige Ziffer. Die Steuer-ID findest du ebenfalls auf deinem Steuerbescheid. Im Gegensatz zur Steuernummer ist die Steuer-ID nicht nur für Steuern wichtig, sondern auch für weitere Anträge und Erklärungen wie bei Umzügen oder Namensänderungen. 4. Bekommt jeder eine Steuernummer? Wenn du deine Steuernummer aus normalen und legalen Gründen beantragst, muss man dir eine Steuernummer geben.